Was erlauben Wall Street? Gestern sahen wir plötzlich Druck an den US-Aktienmärkten und das, wo wir doch kürzlich gelernt haben, dass wir in der besten aller Finanzwelten leben, in der die US-Wirtschaft robust bleibt, aber die Fed dennoch ganz schnell die Zinsen senken wird. Das ist so ein bisschen Wunschkonzert. Wir wollen von allem das Beste haben. Gestern allerdings Rücksetzer und die Frage stellt sich, naja, was ist da passiert? Warum ist das so passiert? Die wahrscheinlichste Antwort ist Positionierung. Wir waren stark überkauft, was die Aktienmärkte betrifft. Wir waren stark überverkauft, was den US-Dollar betrifft und die US-Renditen betrifft. Schauen wir uns das Setup für den heutigen Tag an, an dem alle natürlich auf Schirumi gucken werden und schauen wir uns mal ein paar Headlines an. Mastec fällt, nachdem die Anleiherenditen steigen und Pauls Rede kommt. Wall Street braces for reality check from Paul. Yields rise on bets. Paul to downplay big cuts. Richtig, der wird nicht sagen, wir werden im September die Zinsen um 0,5% senken, sondern der wird natürlich das sagen, was ihm alle Optionen offen lässt. Nämlich, wir reagieren auf die Daten. Ja, Inflation ist zurückgekommen. Das ist schick. Wir müssen beobachten, ob sich der Arbeitsmarkt weiter abschwächt. Gucken wir mal. Dementsprechend werden wir reagieren. Würde ich an seiner Stelle auch machen. Warum soll ich jetzt irgendein Bekenntnis für die nächsten Monate abgeben? Eins ist klar, im September werden die Zinsen sinken. Sehr, sehr wahrscheinlich um 0,25% und nicht um 0,5%. All das ja längst eingepreist, längst erwartet, aber die Märkte sind natürlich sehr weit vorausgelaufen, was ihre Zinssenkungserwartungen betrifft. Gestern haben wir gesehen, der Nasdaq 100 besonders unter Druck, also Big Tech, hat hier ein bisschen leiden müssen. Hier sehen wir das nochmal. NVIDIA, Microsoft, also die Dickfische aus dem Tech-Bereich, Amazon, sogar die fundamental so großartige Tesla-Aktie musste gestern abgeben. Und das sagt schon einiges. Hier sehen wir mal unten im Vergleich RSP zu S&P 500. Das ist sozusagen der Equal Weight S&P, wo alle Aktien gleichgewichtet sind in Relation zum marktgewichteten S&P 500. Und wir sehen die Mehrheit der Aktien, und das sehen wir auch in dieser Heatmap, die war gestern gar nicht so schlecht. Es waren eben jetzt die Tech-Dick-Fische, die das Ganze ein bisschen runtergezogen haben. Und dieses Spiel geht im Grunde schon seit ein paar Tagen. Das ist also nicht ganz neu. Die Märkte erwarten jetzt insgesamt noch sechs Zinssenkungen bis März 2025. Mohamed El-Erian sagt, ja, also die Märkte sind da zu weit vorausgelaufen in ihren Zinssenkungserwartungen. Das sei zu schnell gegangen. Und hier hat gestern ja das neue FED-Mitglied Schmidt gesagt, also wir haben Zeit, wir haben es nicht eilig. Und damit so ein bisschen diese Hoffnungen auf schnelle Zinssenkungen konterkariert. Aber normalerweise achten die Märkte nicht auf solche FED-Speaker. Wenn, dann gucken sie auf Paul. Und im Grunde haben da wahrscheinlich Player Chips vom Tisch genommen vor der Paul-Rede und sich gesagt, naja, war ja schön, wir haben ein schönes Narrativ der seltsamen, robusten Wirtschaft in die Welt gesetzt, in der dennoch massiv die Zinsen gesenkt werden. Und das ist natürlich irgendwie nicht ganz stimmig. Wenn die FED die Zinsen schnell senkt, dann wird sie das aus einem sehr guten Grund tun, nämlich weil die Wirtschaft sich sehr, sehr stark abschwächt. Hier sehen wir mal, wie hier die FED Fund Futures die ganze Geschichte sehen. 75% Wahrscheinlichkeit 0,25er Senkung im September. Und dann praktisch bei jeder Sitzung dann weitere 0,25er Schritte. Das Ganze bis in den Mai hinein. So ist erstmal die Überlegung, sodass wir dann etwa in einem Jahr ganz unten stehen. So die Erwartung bei 3,25 bis 3,5 Prozent der Zinsen. Das klingt immer ganz hübsch, aber ich denke, entweder die Zinsen sind bei 0 oder sie sind deutlich eher in Richtung 5 Prozent. Eben abhängig davon, was die Wirtschaft macht. Wenn wir in eine Rezession fallen, dann glaube ich nicht, dass die Zinsen noch bei 3,5 sind. Wenn sie nicht in eine Rezession fällt, oder die Wirtschaft, dann hat die FED es nicht so eilig, die Zinsen zu senken. So wäre meine Vermutung. Hier sehen wir das Ganze nochmal mit Balken ausgedrückt. Wann, in welchem Monat, wie jetzt die Zinssenkungserwartung ist. Wir sehen, das nimmt also kontinuierlich zu. Und nickt Timmy raus, der ja als FED-Flüsterer gilt, also als eine Art Botschafter, der für das Wall Street Journal arbeitet, Botschafter für die Finanzmärkte, so dass die FED da manches vielleicht signalisiert an die Märkte, der jedenfalls sagt, ja, die FED wird sich natürlich alle Optionen offen halten und tendenziell erstmal zu einem Viertelpunkt Zinssenkung neigen, weil man hat eine Aversion gegen große Zinssenkungen. Das macht man nur in absoluten Notfällen. Und ist auch richtig, wenn die FED jetzt im September 0,5 senkt, dann gibt das ein Signal, oh, die haben doch Angst vor der Rezession, oh, die geben doch zu, dass sie schon längst die Zinsen hätten senken sollen. Wann macht man das, nämlich diese 0,5er Senkung, wenn der Arbeitsmarkt ganz stark sich abkühlt, das so nickt Timmy raus, erstens und zweitens, wenn die Kreditmärkte Alarmsignale senden, also die Risikoprämien gerade für schwächer monetäre Anleihen zum Beispiel stark nach oben gehen, wenn also die Kreditgeber deutlich höhere Risikoprämien erfordern. Das ist bisher nicht der Fall. Und das Problem, das Zeitproblem der FED, so Timmy raus, besteht darin, dass sie genau immer gucken, naja, wie ist denn der Zinssatz jetzt zu restriktiv oder zu locker und dass sie dann sozusagen oft zu spät sind, hinter der Kurve sind, wenn die Dinge sich schon schneller entwickeln, als man das hat annehmen können. Für die Aktienmärkte jedenfalls, diese Grafik ist bekannt und wichtig, sehr, sehr wichtig eben, ob die Zinsen sinken ohne Rezession oder mit Rezession. Mit Rezession sieht es nicht gut aus, ohne Rezession sieht es gut aus, weil eben dann mehr Liquidität zur Verfügung gestellt ist. Und das ist das Grundproblem, das sich gestern gezeigt hatte. Die Schulden wachsen viel, viel schneller als die Wirtschaft. Und irgendwann machen sich die steigenden Zinsen dann eben zunehmend bemerkbar. Das hat sehr lange gedauert, das dauert lange, weil eben viele schon vorher in Niedrigzinsphasen Kreditverträge abgeschlossen haben, die eben längere Laufzeiten haben. Erstens, zweitens gab es ja die kostenlose Tankstelle Bank of Japan, wo man sich ja per Nullzins Geld leihen konnte. Also wir sehen hier dieses Auseinandertriften zwischen Wirtschaft und Schulden. und hier eben dieser Hinweis, ja schaut euch doch mal die Risikoprämien an, an den Kreditmärkten, die sind sehr gering, so sagte Spencer. Herr Kimian heißt nicht, dass wir nicht in einer Rezession fallen, heißt aber, so sagt er, dass wir nicht in einer Rezession sind. Da bin ich nicht so sicher. Warum, will ich gleich zeigen. Jedenfalls sehen wir, dass meistens diese Risikoprämien bis kurz vor Start einer Rezession sehr tief sind und dann sprunghaft ansteigen. Das war bei den letzten Rezessionen so, das war in der Finanzkrise so, das ist ein Muster, das meistens dann das Risiko am geringsten eingeschätzt wird, kurz bevor das Risiko explodiert in gewisser Weise. Und hier wollen wir uns mal diese sogenannte Samen Rule, die jetzt in letzter Zeit ja viel Beachtung findet, mal anschauen. Die hat ja getriggert, hat angeschlagen, hat bisher jede Rezession richtig vorausgesagt. Da geht es ja um den Anstieg der Arbeitslosenquote in den letzten zwölf Monaten, im drei Monatsdurchschnitt um 0,5 Prozent, bla, blub, wie auch immer. In jedem Fall sehen wir, dass am Arbeitsmarkt was passiert. Diese Samen Rule wurde übrigens eingeführt, um ganz im kensianischen Denken die Regierung zu befähigen, die Menschen zu unterstützen, finanziell zu unterstützen, wenn eine Rezession kommt. Und Samen selber, Claudia Samen hat ja gesagt, diesmal gilt es nicht, das ist immer das Geniale. Diesmal sei ja irgendwie alles anders. Man kann aber auch viele andere Parameter heranführen und sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Wirtschaft bereits in einer Rezession ist, ist gar nicht gering. Etwa 50-50 könnte man sagen. Und das zeigen ja auch schon die invertierten Zinskurven. Und hier Game of Trades zeigte, je länger die invertiert sind und je tiefer, umso heftiger das, was danach kommt. Und jetzt schauen wir uns mal an, 2008, Bums, da war das auch eine lange Inversion. Und was da passiert ist, wissen wir, 1929, 1974. Also das sind die Vorbilder sozusagen. Wir haben jetzt das 750 Tage, das ist länger als 1929. Wir wollen alle nicht hoffen, dass so etwas passiert wie 1929. Aber ich hatte schon mal, um mich da natürlich wieder als Permabär bezeichnen lassen zu müssen, aber ich finde es interessant, wir haben eine ganz ähnliche Struktur wie eben 2007. Das wiederum würde sich decken mit der Zinskurve. Wir hatten am 17. Juli das Top, dann den Abverkauf, dann die schnelle Reaktion am 18. September, damals 2007. Wie in diesem Jahr wird die FED die Zinsen senken. Also es ist nicht so abwegig, dass da etwas kommt. Und wir sehen, wie Nomura sagt, dass wir die Positionierungen am SOFR-Markt, SOFR ist ja dieses Secured Overnight Financing Rate, also das sind praktisch die Zinssätze, die verlangt werden für Dollar-dominierte Derivate. Jedenfalls sehen wir, dass das hier deutlich gestiegen ist. Und dass dieser Abverkauf passierte vor einigen Wochen nach sehr, sehr schwachen Daten, war ja kein Zufall, sondern eben der Sorge geschuldet, da könnte eine dicke Rezession kommen oder könnte eine Rezession kommen, weswegen unser Idealszenario, unser Wunschtraum möglicherweise mal zu hinterfragen ist. Dann kam der Yen-Aufwärts-Crash, also die Carry Trades. Dann kam die Beruhigungspille. Ach, seht ihr, die Erster-Träger sind doch gut. Guckt ihr, die Einzelhandelsumsätze, die sind doch besser als erwartet. Okay, jedenfalls sehen wir, dass all das jetzt in einer Situation passiert. Also die Kreditmärkte könnten es sein, die diesmal sozusagen das Unheil offenbar werden lassen. In der letzten oder in der Finanzkrise war es der Immobilienmarkt. Das wird wahrscheinlich diesmal sich nicht wiederholen. Die Kreditmärkte dürften es sein. Also die erstaunlich niedrigen Risikoprämien in vielen Bereichen für Schuldner, die eigentlich ziemlich an der Kante sind, könnte man sagen. Dass das irgendwann vielleicht umgedacht wird, dass irgendwann gesagt wird, das ist uns jetzt doch ein bisschen zu riskant. Riskant auch eben die Staatsverschuldung. Hier sehen wir mal das, was die Amerikaner in Relation zu ihrem BIP zahlen müssen, ist mit Abstand das höchste in der Welt an Zinsen. Noch vor Griechenland. Deutlich vor Griechenland. Also da ist man Nummer 1, gell. Alleine gestern ist die Verschuldung um 38 Milliarden gestiegen auf jetzt 35,21 Billionen. Das heißt, um und bei alle 90 Tage, alle drei Monate kommt eine Billion dazu. Das könnte auch etwas sein, wo irgendwann die Leute sagen, die Anleiheinhaber sagen, Geist, das mache ich nicht mehr mit oder nur zu sehr hohen Risikoprämien. Denn davon spricht weder natürlich Harris noch Trump von dem eigentlichen Thema, wie wollen wir das wieder in den Griff kriegen. Im Gegenteil, beide sagen, ach, weißt du was, wir geben einfach mehr Geld aus und damit wird das Problem gelöst, weil wir ja dann die Wirtschaft ganz toll stimulieren und die wächst und dann kriegen wir alles wieder rein und noch viel mehr. Hier mit einer Aufstellung von Pioneer. Die zeigen, dass man Donald Trump bei Wirtschaft, Inflation, öffentlicher Sicherheit und Migration mehr zutraut bei Harris Gesundheit, Waffengewalt und Abtreibung. Das sind ja oft dann die Schwerpunkte auch eben der Wählerschaft. Und hier wird eben auch gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass Trump und Vance diese Wahl gewinnen nach Wahlmännerauszählung oder nach Wahlmännerprognose 287 zu 251. Heute wird Robert Kennedy Jr. sich dann zu Trump bekennen. Der hat derzeit etwa 5% Zustimmung. ist gefallen seit Mai, da war er noch bei 10%. Aber diese 5%, die könnten dann eben auch noch in die Waagschale geworfen werden. Oder die Frage ist, wie viele seiner Wähler werden dieser Empfehlung folgen, die Robert Kennedy gibt. Aber gehen wir mal davon aus, dass das schon einige sein werden. Dann verschlechtert das die Chancen für Harris. Wir sind ja hier, wenn wir uns jetzt die deutschen Medien anschauen, so in einer Art Honeymoon. Ach, guckst du mal, die ist doch total nett und die hat Humor und die lacht doch so schön. Okay, also, und der Trump ist ja ganz böse und die ist ganz gut. Also das ist natürlich alles sehr, sehr schwarz-weiß und trifft nicht in die Realität. Die Realität für die Leute ist, die Inflation ist viel höher, als ihr sie offiziell darstellt. Und das zum Beispiel hat John hier gesagt, mal auf Twitter, der gesagt hat, also ich gucke mal, wie jetzt zum Beispiel seit dem Mai meine Kosten gestiegen sind. Autoversicherung ist 11% gestiegen, Hausversicherung 12%, Wasser und Elektronik 8%, Real Estate Taxe, also Immobiliensteuer 14%. Dementsprechend sagt er, okay, aber wir haben nur 2%, 2,9% Inflation, glaube ich nicht. Das könnte daran liegen, dass die sogenannte Discretionary gegenüber der Non-Discretionary Inflation deutlich schwächer ist. Das heißt, Non-Discretionary ist das, was sozusagen ich nicht auswählen kann, sondern kaufen muss, Lebensmittel, solche Geschichten, die muss ich kaufen. Und wir sehen, dass die Inflation in diesem Bereich deutlich höher ist. Dagegen bei Discretionary Fernseher, Autos kann ich kaufen, muss ich nicht kaufen, kaufe ich nur, wenn ich Geld habe, da ist die Inflation deutlich schneller runtergegangen. Insgesamt sehen wir, dass das nicht passiert, was viele prognostizieren, wenn die Zinsen sinken erst mal, dass dann das ganze Geld aus den Geldmarktfonds rausgeht. Hier sehen wir einen neuen Rekord, 6,24 Billionen jetzt in diesen Geldmarktfonds. Die historische Erfahrung zeigt, dass ein halbes Jahr nach der ersten Zinssanktung erst die Abflüsse aus diesen Geldmarktfonds möglicherweise in Richtung Aktienmärkte beginnen. Also da wäre dann noch etwas Zeit. Die Amerikaner haben Statistiken für alles. Dementsprechend auch für die Entwicklung der Aktienmärkte im Umfeld von Jackson Hole. Donnerstag, Freitag im Durchschnitt minus 0,4. Während der ganzen Woche plus 0,4. Da kann man sich nichts für kaufen, aber die Amerikaner sind eben sehr statistikverliebt. Wir hatten gestern dieses sogenannte Bearish Engulfing Pattern, also diese rote Kerze, die deutlich größer ist als das, was vorher an Grünkerz war. Das brauchte Confirmation. Wir hatten solche Kerzen schon, oder es gibt immer wieder solche Bearish Engulfings, aber da hatten wir vor einiger Zeit dann nochmal einen Anstieg. Allerdings eben bei diesem herben Abverkauf, den wir gesehen haben, da hatten wir auch eine sehr dicke Bearish Engulfing Kerze. Wir haben das Gap zugemacht, scheinen darüber hinaus zu gehen, waren natürlich massiv überkauft. Die Frage ist, machen wir jetzt unten, obige Grafik, machen wir unten die Gaps zu, etwa beim Nasdaq. Eins ist klar, im Vorfeld der US-Wahlen wird die Nervosität größer. Hier sehen wir mal den Daily Wix, also das Volatilitäts-Burrometer-Wix, während der letzten 8. President-Elect-Chance, und wir sehen ab Ende August, Anfang September, geht es scharf nach oben bis um und bei, Ende Oktober, Anfang November, vor allem dann, wann der Wahl ist. Der Wahl ist am 5. November. Also da dürfte es spannend bleiben und werden. Spannend ist auch natürlich meine großartige zweitbeste Freundin, Cathy Wood, die ja immer gesagt hat, also Zoom, so eine tolle Firma, gell, habe ich nie verstanden, wie wollen die Geld verdienen, ist ja schick, dass du hier solche Software zur Verfügung stellst, womit wir Konferenzen machen können, aber wo ist der Business Case, habe ich nicht verstanden. Jetzt hatten die Zahlen vorgelegt, die weniger schlimm waren als erwartet, die Aktie deutlich gestiegen, nachdem sie vorher im freien Fall war. Aber das hat die gute Cassie Wood genutzt, um ihre Aktien jetzt zu verkaufen, bei 67 Dollar. Ihr Durchschnittseinstieg war 280 Dollar. Also das zeigte, dass die gute Dame ziemlich neben der Spur ist. Ähnlich neben der Spur wie die Bank of Japan, die ja erst die Zinsen angehoben hat, dann in Gestalt von Oshida gesagt hat, Oshida gesagt hat, und das ist der Vize-Chef der Bank of Japan, machen wir nicht nochmal, wenn die Märkte in Turbulenzen sind. Heute, also heute Nacht, auftritt von dem eigentlichen Chef Wenda, der gesagt hat, ja, also wenn die Wirtschaft das erfordert, dann werde ich die Zinsen weiter anheben. Daraufhin sehen wir, dass der Yen stärker wird. Dollar Yen sieht nicht gut aus, das sieht nach Yen stärker aus. Die Frage ist, wird das dann nochmal diese Carry Trade Geschichte? Komplett in den Fokus rücken. Im Fokus heute natürlich der gute Schrommi, was da zu erwarten ist, was Sie wissen sollten, 16 Uhr die Rede, ja, wir werden das bei Finanzmarktwelt so weit irgend möglich mit einem Live-Feed versehen und kommentieren, also da mal reinschauen, 16 Uhr, hier vorab diesen Artikel lesen, den Sie gerne weiterempfehlen, meine Damen und Herren. Und dann, was haben wir noch, wenn es den kommt, ja, schauen wir mal, den, ne, das ist dieser Japaner, den Sie da sehen, Ueda, der sagt, wow, könnt ihr das Ganze weiter nach oben treiben mit den Zinsen. Was das bedeuten könnte für die Märkte, lesen Sie in diesem Artikel, also diese beiden Artikel und 16 Uhr bei Finanzmarktwelt reinschauen, jetzt sage ich Servus, Ciao. Und jetzt sage ich,